. 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 Nein! Steine nicht bewegen! Nein, du verquetschst! Nein, das ist schon gut. Einfach nicht bewegen, Steine. Er trinkt. Er kommt da durch! Schau dir das an! Siehst du das? Er kommt einfach nicht oben. Schau dir das an! Leon, er macht die Tochter drauf. Papa, hast du ihn gesehen? Er ist der Chef hier. Achtung, komm, Luri! Lass dir auch ein bisschen Platz. Komm, schau hier, siehst du ihn? Ich sehe ihn, Luri. Das ist er. Achtung! Ich gehe hier unten schwimmen. Weisst du, wie er jetzt geht? Oder geht's nicht? Fitsch! Nicht rein! Nein! Du kannst gleich wieder hochgehen. Schau, schau, schau. Schau, schau. Schau, siehst du es? Er macht den Tofall, das klappt. Ich habe ihn gespitzert, dass er es gesehen hat. Ich setze ihn mal dort runter. Lass ihn doch. Komm, komm. Ich setze ihn dann! Welch